Sie wollen neu bauen, modernisieren oder Ihr Minergiegebäude optimal betreiben? Das alles energieeffizient und einfach? Dann ist Minergie Ihr Wegbegleiter. Wenn Sie bereits die Vorteile eines Minergiegebäudes genießen, soll das auch nach den ersten Betriebsjahren so bleiben. Deshalb bieten wir Ihnen mit MQS-Betrieb persönliche und unabhängige Beratung vor Ort. Ein Minergieexperte kommt vorbei und prüft für Sie, ob Ihre Heizung, Lüftung und Klimatechnik optimal eingestellt und dadurch effizient sind. Dabei stehen nicht nur Gebäude, sondern auch die Nutzenden im Zentrum. Sie erhalten wertvolle Tipps zum bewussten Umgang mit Heizenergie, Warmwasser, Strom und für ein angenehmes Raumklima. So profitieren Sie oder Ihre Mieter von noch mehr Komfort, niedrigeren Kosten und langem Werterhalt. MQS-Betrieb ist ein Zusatzprodukt zu unseren Baustandards und dem Zusatz ECO. Damit vervollständigt es die Minergie-Produkte-Palette, die von der Planung über die Realisierung bis zum langfristigen Betrieb für Sie da ist. Das ist die Minergie-Produkte-Palette,